Das war Timing, sag uns schon, sitzen wir wieder hier. Super, super, super. So, wo ist eigentlich die Franziska? Die sehe ich schon. Die sehe ich gar nicht, unsere E-Mail-Masterin. Uhu. Franziska? Ja? Hast du eine E-Mail für uns? Ja. Wollt ihr auf dem nächsten Album mehr selbst... was? Wollt ihr auf dem nächsten Album mehr selbstgeschriebene Lieder veröffentlichen? Ja, ihr. Wollt ihr auf dem nächsten Album mehr selbstverschriebene Lieder veröffentlichen? Oh, no problem. So, would you like to write on your next album more songs yourself than on this one? Ja, würden wir gerne machen. Aber wir möchten natürlich jetzt nicht alles selber schreiben und dann in Gefahr laufen, nicht so viele Hit-Songs zu haben, wie wir jetzt haben. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir den Erfolg wiederholen können, den wir jetzt haben. Und den verdanken wir natürlich sehr vielen Produzenten wie Max Martin. Man weiß es aber nie so genau. Brian schreibt gerade ein Song mit Brian Adams. Der ist sogar fertig. Und wo kommt der raus? Was ist das? Wir haben keinen Gott, er ist Gott. Oh, nein, nicht überhaupt. Nein, kein Translator. Nein, ich bin noch da, aber sie können mich nicht hören. Ah. Wir können nicht hören, wir können nicht hören. Wir können ihn leider gerade nicht hören. Ich glaube, ihr könnt ihn hören, ich kann ihn auch hören, aber sie können ihn nicht hören. So, Fakt ist, Brian hat einen Song geschrieben mit Brian Adams und der Song ist fertig. Wann kommt der denn raus? Wann kommt der denn raus? Wir wissen noch nicht. Vielleicht Christmastime. Vielleicht Christmastime. Vielleicht ein neues Jahr in Deutschland. Ein Duett? Wir wissen noch nicht so ganz genau. Wir reden noch. Wir sprechen noch mit ihm, ob das ein Duett wird und so. Er braucht mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Wir haben 1000 Faxe. Jetzt wird es natürlich wieder. Hey, er ist zurück. Hey, hey, hey. Wanns to get back is the incredible. Ich glaube, du warst für ein Cocketeer oder so. Ah, ja wahrscheinlich. So. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Brot nachträglich. Brian, wann hat's Geburtstag? Last Thursday. Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Auch von mir. Danke. So, wir haben jetzt auch einen Anrufer. Hallo. Tja, wer ist denn da? Hallo. Ja. Du bist die? Lisa. Lisa aus. Hallo Lisa. Hallo Lisa. Hey. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Brian. Dankeschön. Hey. Alrighty, Brian's in the mix. Kannst du singen Happy Birthday, too? Ja. Sollen wir singen? Kannst du das singen? Kannst du Happy Birthday singen? Ja. Ich? Ja, für Brian. Ich kann ihn überhaupt nicht singen. Ja, Quatsch. Das ist auch keiner, der kann auch nicht singen. Mach doch bitte, bitte. Bitte, bitte. Ah, come on. Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nur ganz kurz, nur den Refrain. Happy Birthday. Ah, Mona Schnuckel, du machst das bestimmt für mich, ne? Ich kann nicht singen. Ah, logisch. Ich hab Kehlkopfkrebs. Nein, ich kann nicht singen. Ja, lass mir das. Du hast eine Frage. Schieß los. Ja, genau. Und zwar, ich würde gerne von euch wissen, welche Erlebnisse ihr mit Fans gemacht habt, die ihr so schnell nicht wieder vergessen werdet. Da war einmal diese heiße Nacht. War dieser eine Fan, der hatte nur ein Bein. Ja. Also viele Leute denken, ja, dass wir Fan kennenlernen und denken, dass er kein normaler Mensch wäre. Aber wir wissen natürlich immer, dass es ein Fan ist. Aber letztendlich heißt es eigentlich, dass ein Fan unserer Musik mag. Und das heißt ja nicht, dass wir ihre Persönlichkeit irgendwie nicht schätzen würden oder sowas. Also es gibt ja sehr Hardcore-Fans, die reisen einem überall hin nach. Und das ist ein bisschen was anderes, ein bisschen komisch. Aber die richtigen Fans, die sind ja wirklich anders. Also er ist ja auch ein Fan von Destinys Child, der wird ihn auch nicht hinterherreißen. So, Frage beantwortet? Ja. Du kriegst natürlich nach Hause geschickt, die aktuelle, ich wollte schon Destinys Child-Single sagen. The Westlife-Single of the Girl. Natürlich. Handsigniert! Ja cool. Du kriegst das Album auch dazu? Cool. Also beides. Okay, viel Spaß. Zum Thema Hafen. Tschüss. Dankeschön. So, wieviel Videos habt ihr eigentlich schon gemacht? Danke, Lisa. 10. 10, glaub ich. 10. Und Fly With The Wings ist das wievielte? Fly With The Wings ist das dritte. Das dritte. Das dritte. Das dritte. Das schauen wir uns jetzt an. Bis gleich.